Willkommen zum Podcast Wahl, Veränderung und Aktion. Hier kannst du wählen, verändern und handeln, um ein anderes Heute und eine andere Zukunft zu kreieren. Das sind meine Geschichten über Wahlen, Veränderungen und Aktionen zusammen mit den phänomenalen Gästen, die ich hier empfangen darf. Schon von klein auf wollte ich die Welt verändern. Der Planet war für mich eine ständige Inspiration. Access Consciousness hat mir die Werkzeuge gezeigt, mit denen ich weiß, dass alles möglich ist und ich wähle weiter. Was wirst du wählen? Das ist Lexus. Wir sind live. Herzlich willkommen, Simone Bilseste. Ich bin euer Host. Herzlich willkommen zu den Wahl, Veränderung, Aktion-Podcasts und heute habe ich den wunderbaren Christopher Hughes hier. Es ist so schön, dich immer zu sehen. Wenn du das zuhörst, ich empfehle euch mal auf YouTube zu schauen, weil wir sind hier im Cognac-Raum im Schloss in Italien, und wir beide sind irgendwo sehr, was machst du? In Australien lebst, dann kaufst du einen Teil von im Schloss in Italien oder auch ein Ressort in Costa Rica und in dem Cognac-Raum sind wir heute, hier sind so viele Joy-of-Business-Facilitator-Training. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, ich habe ein Buch geschrieben, Joy-of-Business geschrieben, übersetzt in 16 Sprachen und es gibt Joy-of-Business-Facilitator-Ton überall in der Welt und sie sind fantastisch. Und bitte, ich lehre euch und finde einen Joy-of-Business-Facilitator und gehe zu einem Kurs, zu einem Business-Different-Kurs, die sind wunderschön, sie gehen wirklich tief rein ins Business und entwirren all das Zeug, was dich zurückhält, also das, was dich zurückhält, sind immer dieselben Ansichten, die du hast. Also wir werden aufschließen, eins dieser irrsinnigen Ansichten, die ich so oft sehe, dass die Leute halb über sich im Business heute und wir haben... Hallo, Live-Zuschuss! Hallo, Live-Zuhörer. Das sind so diese Sitcoms und das sind so diese Lachpausen und Klatschpausen. Also linkes Ohr ist Klatschen, rechtes Ohrläppchen ist Lachen. Okay, das funktioniert. So, wir haben Francesca Florentena, weltweit, wir haben David Cowell, Jubis hier und einer meiner, der kreativsten Leute, wenn ich weiß, wenn es darum geht, unterschiedliche Situationen im Business zu manipulieren. Ich habe Paula Peralta, der hier, und Mr. Wesley Pullen hier und sie arbeiten mit mir, unseren wunderbaren Menschen in meiner Conglomeration of Idiots und diese Gemeinschaft der Idioten, weil die Idioten gehen nicht in dieselben Richtung, das ist das, was wir jetzt hier im Live-Raum sind. Sie sind alle Joy-of-Business-Facitatoren, du findest sie auch auf Access-Joy-of-Business.com und auf der Access Consciousness Website. Wir trinken hier Champagner. Hier? Okay, also geh bloß nicht zu YouTube, wenn du nur zuhörst. Cheers! Okay, wir müssen gerade mal trinken. Also ganz oft in Australien und eins der Dinge, wenn du Cheers machst und du nicht trinkst, wenn du Prostest, dann sagst du mir, okay, nur einsame Leute trinken alleine, okay, wenn ich Cheers und die, wenn du in die Augen schaust und denkst, du hast keinen Sex, beim Zuprosten, okay, lass uns das doch mal, lass uns bloß in die Augen gucken. Ich, also wirklich tiefer Augenkontakt, tiefer, bedeutungsvoller Augenkontakt. Also, okay, wir sind nicht alleine, wir haben großartigen Sex, okay, Ladies und Deutschland, okay, zurück, Podcast ist vorbei. Und das, vielleicht haben die Leute hier ein paar Fragen, also Christoph, wo du darüber gesprochen hast, über überwältigen, wie viele von euch im Business haben entschieden, dass du überwältigt bist oder tatsächlich, ich würde nicht sagen im Business, sondern im Leben, wie viel auf, wachst du auf und hast die Energie von, ich bin überwältigt. Und irgendwie, der Top ist voll, was machst du damit? Und wie kannst du anders damit sein? Könntest du ein bisschen darüber sprechen? Du hast darüber gesprochen, wie ich dich inspiriert habe und Gary, danke, also ich weiß, wie du das eröffnet hast, dass wirklich ein paar Geschichten, die ich zu diesem Thema sprechen kann. Vor ein paar Monaten sprach ich mit Projekten, einem anderen Business, weil wir beide Teilhaber sind, kannst du hier deine Energie zu beitragen? Und sie sagtest, ich weiß nicht, mein Topf ist voll. Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, sagst du, nein, warte, okay, mein Topf wird einfach größer, ist so leichter zu sagen, okay, warte mal, ich gehe nicht in das Überwältigende, auch wirklich die Anzeichen, dass man sagen möchte, um in die Rechtfertigung zu gehen, dass man überwältigt ist, aber du hast das nicht gemacht. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen im Joy-of-Business-Facilitator-Training und ich habe da einfach einen Bereich davon präsentiert, den Verkauf und Marketing und das ist als Facilitator liebe ich, darüber zu sprechen. Und wir selber mit dir und Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness und egal, wie du weitermachst, egal, wie beschäftigt du bist, du bist immer verfügbar für alle und du sagst niemals, du wirst zu beschäftigt und du wirst auch noch immer mehr zu deinem Leben und deinem Business für hinzufügen, neue Projekte, neue Unternehmen, egal, wie es ausschaut und für mich ist das so inspirierend und für ist der Muskel, nachdem ich frage, den mehr zu entwickeln und aufzubauen und manchmal bin ich schon recht gut, aber manchmal gibt es die Orte, wo ich, wenn ich anfange zu diesem Unternehmen reinbaue, dass es auch meine Haupteinkommensströme würde darunter leihen, aber ich weiß, dass es eine andere Möglichkeit ist und ich weiß, dass es wahr ist. Also ein paar Dinge, die ich da hinzufügen möchte, war zu darüber gesprochen, dass was interessiert war, war, was hochkam. Ich kann mich erinnern an den Tag, als du gesagt hast, ich kann es mir helfen und ich sagte, mein Topf ist voll. Okay, lass uns auf einen größeren Topf nehmen, lass uns auf eine größere Welt machen. Okay, es ist immer noch dieselbe Menge an Zeug, aber ich kreiere einfach diesen größeren Raum, wo aus dem heraus ich handeln kann. Aber ich möchte noch ein Ding hinzufügen. Ich fragte dich nicht, etwas zu tun. Ich wollte dich an, kannst du deine Energie und diese energetisch, diese Projekte nähren? Einfach dich bitten, passenter damit zu sein. Ich habe dich nicht gefragt, die Leute anzurufen, irgendetwas zu tun. Und das ist wirklich ein großes Ding, nicht reinzugehen in das Tun, was du tun musst. Und so viel Zeug, worüber wir sprechen können jetzt. Oh, so überwältigend. Aber eins der Dinge, worüber ich jetzt sprechen möchte. Du hast es gerade erwähnt, über diese verschiedenen Projekte. Ich muss etwas zugeben. Ich fand es leichter, Projekte und Business hinzufügen, als ich ein neues Business und ein Projekt hinzufügen, ist das Stück, oh, die Leute sind so ein bisschen, was meinst du damit? Leute und das Zeug, was die wählen und wie sie Dinge bedeutsam machen und wie die ganze Zeit über Scheiße reden und sie müssen zahlen und so. Und ich hatte mal gesagt, wie viel Business in meiner Welt könnte ich jetzt damit? Lass uns das machen. Okay, wir müssen dafür bezahlen. Wir brauchen Buchhaltung, wir brauchen da, da, da. Und das für mich einfach super leicht. Und ich weiß, das ist eins der Gründe, warum die Leute nicht etwas wählen. Vor Jahren, als ich Import-Export-Business hatte, im Ende, ich dachte, Leute, wie kannst du all das machen? Ich so, es ist einfach nur Papierarbeit. Es war einfach nur Papierarbeit, aber die Leute wählen nicht etwas basierend auf, sie möchten nicht in etwas involviert werden, wo sie entschieden haben, dass sie das nicht machen möchten, anstatt Fragen zu stellen. Okay, wer kann noch helfen? So für mich war es, okay, einen guten Kundenservice zu haben, okay, wie ich damit umzugehen und dass ich es wirklich auch mit den Immobilien anschaue. Ich denke, so, ich bin nicht so gut in Immobilien, aber bis jetzt, aber ich schaue nach mehr, weil eines Tages sage ich, jede Immobilien, die ich besaß, irgendwas war da zu tun in dem Haus oder da war Schimmel und das war was am Brechen oder die hatte Fluten und dann so weiter. Und ich so, okay, wer kann all das machen und jedes Haus, was ich habe, ich habe jemanden, den ich eingestellt habe, der das managt, weil es da ausschaut und ich sage, dass wir ganz oft, wo die Leute nicht etwas wählen möchten, weil sie denken, dass es zu viel Arbeit ist und dann wählen sie es nicht und andere einzustellen, und als Gründer und Rechtfertiger nicht jemanden einzustellen, um dein Leben auszudehnen, musst du auch andere mit einzubeziehen in die Wahlen, die du getroffen hast und sie zu ermächtigen und es ist einfach noch Zeug, vor allem in meinen Häusern im Moment, wo die Leute, die sagen, oh mein Gott, und das ist okay, ich mag gerne, die das Zeug erledigt haben, also wirklich die Person, die das managt, weißt du, wähle es, wähle es und mach es, mach es und mach das und okay, warte. Ich habe eine Frage, eins der Dinge, die du gesagt hast und dass die Leute, mit denen du gearbeitet hast und jetzt sagst du es, und all die Leute mit zu implementieren, was ist das, okay, wenn die Leute einfach nur quatschen wollen und das ist so langweilig für mich, aber hier ist das, was ich sagen möchte, ich denke, wir haben diese Fähigkeit und ich mache so gut, ich finde du keins wichtig, ich weiß, wenn ich am Tisch sitze, im Raum und jede, da ist eine Energie, die ich pro Außen strahlen kann, wenn du dich nämlich hinsetzt, sprech nicht über Scheiße, lass uns kreieren, lass uns Möglichkeiten haben, lass uns etwas Großartiges wählen, aber ich bin nicht für Scheiß-Talk, oh, wie war dein Wochenende, was hast du gesagt und das ist so langweilig für mich und das ist einfach zu kleinlich, kann wir es kreieren, wenn wir zusammenhängen, lass uns kreieren, die Personen hier im Raum, wir wissen genau, worüber ich spreche und sie sind einfach tolle, kreative Leute und ich empfange so viel von ihnen, wie sie auch von mir empfangen, wir sind jetzt schon befreundet seit 15 Jahren, aber die Zeit, wie wir uns angerufen haben, wie dein Wochenende war, hat sich nicht mal gezeigt, immer, wenn wir sprechen, ist es kurz, präzise und immer kreativ, okay, ich habe immer eine lustige Geschichte, bisher, bist du das gemacht, du hast das gekauft, echt, ernsthaft, okay, hast du eine Frage, Francesca? Nicht jetzt, okay, aber danke, okay, jetzt einfach gucken, wie die Zuschauer das machen, rechtes Ohrläppchen, linkes Ohrläppchen, okay, Davids Frage, hier, ich möchte gerne, wie kämpfst du mit diesen Leuten um, die Forderungen und ihren Scheiß so wichtig machen, das sind die, die tatsächlich mich zu diesen Überwältigungen bringen, bei denen ich auf jeden Kanal, auf jede mögliche App anpingen, weil sie einfach gehandelt haben müssen und manchmal ist es einfach die Zeit, wie gehst du mit diesen fordernden Menschen um und wie gehst du mit dem Stresslevel? Okay, ich bin einer dieser fordernden Menschen, okay, ladies and gentlemen, David, weißt, als gesagt, ich weiß, also okay, lass uns darüber sprechen, weil eins dieser Definitionen und eins, was die Leute mich beschreiben, ist halt fordernd zu sein und für mich, und ich verlangsame mich nicht und ich stoppe nicht, nur weil jemand anderer denkt, dass sie etwas nicht handeln oder nicht so schnell sich vorwärts gehen kann, wie ich denke, weil sie können, weil ich fordere nichts von jemand anderem, was ich von mir selber fordern würde und ich sehe ganz viele Leute sagen, okay, ich war sehr fordernd, deswegen sollte ich mich besser verlangsamen, und dann kriege ich mal Fakt ab, komm, lass uns spielen oder geh weg. Und für mich, die Forderung in meiner Welt ist etwas großartiger, hier auf dem Planeten Erde zu kreieren, wenn jemand zur Arbeit kommt und sich nicht verlangsamt und er sagt, okay, und all diesen unterschiedlichen Projekten, mit denen alles vorsichtig geht und die Ideen und die Extrapolationen und in diesem Fall, die andere Zeit, sich gewahrt zu sein und präsent zu sein mit den Leuten, mit allen, was sie dich anschauen, alle Projektionen, Erwartungen, die Intensitäten dieser Forderung und es nicht signifikant zu machen. Es bedeutet nicht, dass du es ablehnst, damit endlich, dass es nicht so wichtig war für die, die zu Access Consciousness Kurse zu einer Beide gekommen sind, so wie das Geldarbeitsbuch, das erste Buch, das kreiert wurde und es war das wunderschönste Beschreibung von Erlauben im Beginn des Berufs und es bedeutet, der Fels in der Brandung zu sein, wo die Energien und Intensitäten zu dir kommen, anstatt in den Widerstand zu gehen. Es gibt zwei Optionen, du kannst in den Widerstand gehen oder in den Recht zu gehen und du erlaubst, stattdessen erlaubst du ihnen einfach um dich herum zu fließen, sie kommen mit dir mit all diesen Kreml und was du gehen kannst und das ist einfach stopp. und diese Energie, die du dir Widerstand bringst, dann lässt es einfach noch stärker treffen. Okay, jetzt ist hier noch eine andere Frage und frag, wenn diese Personen einfach damit kommen, was brauchen sie? Die Leute, mit denen ich arbeite, sie haben, sind, wenn ich eine Information habe, bin ich gut, aber ich habe eine Mangelinformation. Also ganz oft sage ich, okay, das ist das, das, und dann sage ich, okay, weil ich einfach diese Information habe. Also meine erste Frage ist, wenn jemand dich da fordert, anstatt zu sagen, wie du das sagst, diese Reaktion und Widerstand zu gehen, in die Energie der Forderung gehen und das mit Kraft zu stoppen, frag einfach, was braucht diese Person tatsächlich jetzt? Und bevor du, okay, einfach noch ein weiterer Aspekt, über den ich sprechen möchte, und ich kann mich erinnern, vor Jahren, 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 über Dekaden mit Costa Rica und Exist consciousnesses, du hast mir gesagt, wenn du, okay, dann ist es zu leid, okay, also du hast mich gefragt, was ich, eine Karriere, ich hatte die ganzen Business und die ganzen Dinge, die vor sich gehen, oh, wie machst du das? Wie hast du all diese unterschiedlichen Dinge, die vor sich gehen und ist das nicht zu, wird das nicht deine anderen Jobs und Business limitieren, wenn du dich das zu weit auseinandersplittest? Und was Simone mir gezeigt hat, nein, du kannst sein und haben alles das, alles, was du brauchst, ist einfach deine Energie in all diesen Dingen gleichzeitig zu haben. Wenn du jemanden etwas, der wird dir fordert, ganz oft, was wir fordern, was von deiner Energie, was mit dem, was das kreiert, okay, mit dieser Beschreibung, mit der Forderung, und der sagte, bumm, Forderung, ich dachte, okay, ich liebe es, dass du so fordernd bist, sowas, du fordernd zu sein, hat mir so viel beigebracht, du bist eine unglaublich fordernde Person, ja, ich bin nicht sicher, wer da den Oscar gewinnt, also was würde tatsächlich dir Komfort oder Leichtigkeit geben, wenn du jemanden nicht erreichen kannst, oder Kurs oder zum Meeting gehen, was bringt dir als fordernde Person, was bringt dir Leichtigkeit, wenn jemand physisch nicht verfügbar ist, warum er etwas auch mal vor sich geht, was wird das sein? Okay, so, das ist, wo, wenn ich fordernd bin, das ist anders, weil normalerweise ist die Information, die es braucht, fragt jemand, aber manchmal sind wir trainiert worden, dass wir mehr Leute haben, weil manchmal schon jemand wach ist und mir das sagt, aber das andere, was ich mache und sagt, okay, ist das, braucht es tatsächlich schnell? Und das ist eine Entspannung in meiner Forderung, und das sind so viele Dinge, die ich jetzt mitarbeite und so viel meine Aufmerksamkeit, meine Frage stelle, eine Frage, die ich ja täglich stelle und über jeden Tag stelle, wo braucht es meine Energie jetzt? Und das ist, warum ich frage und ich gebe das auf diese fordernde Person, die es richtig oder falsch mache, an irgendeinem Punkt, fragte ich zu Gary, Gary Douglas, der Gründer von Exos Content, also ich habe einfach die ganzen Pläne beschrieben und dann fordernd und sagte, sie haben mir immer das so beigebracht, dass es braucht, immer alles zum selben Tag getan werden, die Forderung, nein, das ist nicht fordern, sie stoppen einfach nicht. Und ich dachte, ist das so eine gute Beschreibung, wie ich bin, wenn jemand wieder so sagte und es noch meine Energie braucht, also da muss einfach diese Entspannung sein, nicht weil du fordernd bist, dass du etwas erzwingst und wirklich das Schlimmste, was du machen kannst, ist, jemanden falsch zu machen. Es geht nicht darum, jemanden falsch zu machen, überhaupt nicht. Und ich tue mein Bestes, um nicht zu versuchen, diese Energie, wenn jemand in die Falschheit davon geht und sagt, ja, die Information, können wir uns das anschauen, können wir das verändern? Und ob das, weißt du, die Leute einfach zu ermächtigen, auf die andere Seite, du, also man dich als solches labelt, um die Leute nicht falsch zu machen. Also wenn du die eine Person, die man ist, ist es wirklich nicht persönlich zu machen und dich selber falsch zu machen, weil wenn du dann, okay, ich kann nicht da verfügbar sein, erfand dann diesen Teller und es war, und er hat mir eine Nachricht geschickt, um 2.30 Uhr angemeldet und ich habe es nicht gelesen, bis 6 Uhr morgens und jemand anders hat das gekauft für 70 Dollar und es war wert für 10.000 Dollar, aber sein Zitat war nur, warum hast du es verdammt so lange gebraucht? Ich habe geschlafen, aber da war eine Zeit und würde ich sagen, ich bin, es tut mir leid, ich war so unbewusst und ich war nicht präsent, okay. Und dann, also würdest du wirklich, okay, würdest du auch reinzugehen, erst mal ein bisschen die Falschheit von dir gegangen und dann die Falschheit von mir, das auch bewertet zu werden. Also alles das kreiert auch eine Trennung. Und das ist auch die Werkzeuge, wie wir in Access besprechen, eine Projektion, Erwartungen, was die Bewertungen kreiert und diese Trennungen kreiert und die Ablehnung der Wirklichkeit und daraus wollen wir uns nicht anschauen. Überall, wo aus dem heraus gar nicht Zerstörung kreiert, boys, forwards and beyonds. Und das ist das Access Consciousness Clearing Statement und es hat sich gerade verändert nach dem, ich weiß nicht, 14 Jahren, okay. Und das ist in dieser Situation mal, also bin ich jetzt falsch, weil ich geschlafen habe oder du falsch, weil du es nicht gekauft hast? Und er sagte, oh, du bist gut, du hast dich verändert. Und lass uns mal zurückgehen zu den Teilen dieses Überwältigens. All die Leute hier im Raum haben ganz viele Leute, die sie erst gefragt haben, und dir wirklich ein guter Oktopus zu sein. Wie kann man ein guter Oktopus sein und mit absoluter Leichtigkeit? Und Oktopus Nummer eins, Francesca Fiorentin. Hallo, alle miteinander. Eins, wo ich gemerkt habe, auch, wie viele Leute denken immer, ich bin beschäftigt, ich kann mich nicht kümmern, ich bin beschäftigt, ich kann mich nicht darum kümmern, ich kann dich nicht anrufen, ich kann dich, ich kann dich, ich kann dich, aber tatsächlich ist es nicht wahr. Ja, wenn die Leute mir ja das sagen, ich kann dich nicht sprechen, weil du zu beschäftigt bist. Nein, bitte sprech mich an, so dann sehe ich dich, weil du kannst, du hast mir einen Gefallen sogar, weil du einfach meine Aufmerksamkeit anpinkst, wenn die sagen, du bist beschäftigt. Nein, bin ich nicht. Das ist eines der größten Gründe und Rechtfertigung, warum die Leute nutzen, um nicht größerartiger zu wählen. Und ich sage dich nicht oder spreche dich nicht an, weil du beschäftigst, weil der Grund ist, weil ich beschäftige, weil ich etwas anderes in der Welt kreieren möchte und diese Information möchte. Das ist tatsächlich Bullshit, warum die Leute versuchen zu beweisen, etwas, das nicht existiert. Und Teil von diesem Access Consciousness Curens, es geht um, was vermeidest und verteidigst du. Also wenn du gehst, ich bin beschäftigt, ich bin bewältigt, was vermeidest und verteidigst du, indem du Überwältigung wählst. Und alles, was das ist, bei der Quotation Curens Curens, von Bad Porn, Porn, Online, Shorts, Boys, Poverts, Ad, Beyonds. Und diesen Raum, wir haben alle Octopussis, das sind die beschäftigsten, kreativsten Leute. Also wie viel könntest du jetzt noch mehr in deinem Leben hinzufügen? Okay. Und wie viele von euch, wenn gelangweilt werden, sie nicht genug haben? Also wir sind, also wenn du mir zuhörst und zuhörst, es ist okay, dass du nicht diese Energie und Forderung hast, immer weiter kreieren und hinzufügen möchtest. Und auch wirklich aus der anderen Seite ansprechen. Du musst nicht etwas in deinem Leben hinzufügen. Es ist total okay, eine Flasche Wein zu öffnen und Netflix-Serie zu gucken. Es ist total okay, das zu machen und das zu genießen. Und das habe ich letzte Nacht gemacht und da habe ich Netflix über vier Stunden geguckt in den Punkt, wo ich mein iPad eingestockt und über das Bett gelegen hatte, um einfach noch die Serie zu Ende gucken wollte. Und das ist auch okay. Was immer du willst, es ist okay, bewerte es nicht. David Kubis, eine der schwierigsten Situationen für mich tatsächlich zu entspannen, während ich weiß, dass jeder, irgendeiner auf mich wartet und ich weiß, dass kein Business ist, es ist immer ständiger, es geht immer weiter. Also nach der Vollständigung warten, es ist Irrsinn. Also wie entspannst du dich tatsächlich wenn du weißt, dass so viel vor sich geht und du immer noch wählst, Netflix zu gucken, anstatt deine To-Do-Liste abzuarbeiten. Also das Erste, was ich wirklich okay damit zu gehen ist, nichts ist tatsächlich immer zu Ende. also wenn du handelst, ich muss jetzt hier alles abhaken und was ich auch gesagt habe, beschäftigen, dieses Beweisen zu tun, anstatt zu sagen, was kann ich heute sein, weil wir alle haben so viele Dinge, was vor sich geht, zu erkennen, die Energie von dem Moment und was braucht es hier jetzt und Gary hat das auch gesagt, wir hatten das Fazitatoren-Training und er hat mich gefragt und wirklich will euch ehrlich sein, ich bin ziemlich hinter alle unterschiedlichen Dinge aufzuarbeiten, das hat er gut und da musste ich nicht gerade töten, um alles erledigt zu bekommen und ich liebe es, um sich einfach zu entspannen, aber vor Jahren, da bin ich noch nicht mal fähig gewesen, das zu sagen, ich muss verteidigen sogar, warum ich nicht alles getan habe oder etwas zu tun. Wirklich? Ich einfach das sagen, du musst vorgeben, dass alles okay ist. Ja, anstatt anzuerkennen, ich brauche einfach im Bett zu liegen und alleine Netflix zu gucken, das ist total okay und das ist auch und jetzt, wir haben ein Netflix und hier sind die Top Tens und warum stoppst du und erlaubst du dir einfach zu empfangen von all diesen unterschiedlichen Projekten und den Businessen, anstatt wirklich, anstatt der Diener und Sklave zu sein, um immer alles zu geben, anstatt wirklich zu empfangen, okay, überall, wo du dich bereit bist, zu empfangen, von jeder Wahl, die du getroffen hast, mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit, willst du das bitte zerstören und umkriegen? What, 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 oh, nine shots, boys, what, what and beyond. Ich möchte jetzt eine Seite beteiligen, ich arbeite für euch schon seit sehr lang, das erste Mal, okay, Simon und ihr zwei kamen, wo ist das und das und das, ich bin da, 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 stopp, ich muss all diese Dinge jetzt machen und dann habe ich gelernt, dass du einfach nur diese Information wollte und das war einfach so einfach, wie es war, ein großartiges Beispiel, ich hatte ein Business dann Different Coase, ich glaube, dieser Podcast geht gerade vorher raus und ich fragte im Chat, haben wir eine E-Mail rausgeschickt und du sagtest, oh, oh, ich wollte, dass gerade gemacht wird, ich wollte diese Information an dem Morgen, weil ich so inspiriert von dem, was vor sich geht und wir machen jetzt dieses Video, okay, was könntest du das machen? Nicht als Antwort, nicht als Schlussfolgerung, wenn ich weiß, wenn jemand von dem heraus handelt, kann ich etwas kreieren oder etwas beitragen kann, was wir etwas Großartiges kreieren können, was wirklich an der größten Lügen, die wir abgekocht haben, das überbewältigte Beweis von Tun und all diese Erwartungen und Projektionen, die etwas Großartiges kreieren, anstatt die Frage zu stellen, jeden Tag, woher braucht man eine Energie und welcher Beitrag kann ich sein für alle? Okay, so oft, einfach die Energie vor sich zu gehen und jemanden falsch zu machen, von dem er sich zeigt, okay? Plipp, 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 plipp. Also, wir übersprachen mit den Pflanzen in deinem Haus und Garten, wie viel haben in der Pandemie angefangen, Pflanzen zu machen und das ist das Werkzeug, was ich mit den Leuten auch kläre, in Energie, in unterschiedlichen Dingen in deinem Leben, in unterschiedlichen Businessen, sind die Pflanzen in deinem Garten und die jeden Morgen durchgehst, was brauchst du, was brauchst du, was passiert mit dir und du brauchst mehr Sonne, musst dich bewegen und manchmal eintauchst in die Energie von etwas, was du kreierst, okay, wo du vielleicht auch involviert bist, wesseln und das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist hinzufügen, um wachsen, mehr zu werden und du kommst zu dieser Energie von Kreation und Forderung, lass uns das bewegen und die Leute haben die Wahl, in die Kerl zu gehen, oh, ich mach das alles falsch und einfach nur ein anderes Stück hinzuzufügen, weil ich, mit dir zur Arbeit ist so ein Geschenk, mit mir, nein, nein, okay, mit mir, nein, auch nicht mit mir, okay, okay, ich bin jetzt gefeuert, aber, wenn ich gemerkt habe, meine Verwirrung war in meiner Welt oder, ich habe realisiert, meine Verwirrung und meine Überwältigung war, meine Nichtbereitschaft, das in meiner Welt zu sein und diese Forderung von mir zu sein und Forderung, in meinen eigenen Projekten zu sein, okay, okay, also Simon waren Businesspartners und Freunde, wir hatten so viele Projekte und jemand, wenn die mich angepisst hatte, war immer basiert auf dieser Energie von Forderung und etwas, was ich nicht bereit war zu wählen für mich, weil sie bereit war, größer zu werden mit der Kreation, als ich war und das war der Teil, der mich genervt hatte. Okay, das bin ich. So, hast du noch etwas? Okay. Dankeschön und Dankeschön, dass du hier bist und Dankeschön, Francesca, David, Paula und Wes, dass ihr hier seid und danke, Cornbridge Room, Raum in dem Beschluss, es ist so schön, hier zu sein und nochmal, linkes Ohrläppchen und rechtes Ohrläppchen und wenn du das Video nicht sehen kannst, einfach nur das Podcast zuhörst, okay, dann check es ab in YouTube und wir sind so dankbar für dich und das ist jetzt gerade ein bisschen leise und wenn du hier zum Business at Different Kurs kommen möchtest und ja, okay, was auch immer, Dankeschön, dass du hier bist, wenn sie, können mich auf Instagram finden, oder auf meiner Homepage mrchristopherjews.com okay, Ladies and Gentlemen, Dankeschön, ciao! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann klicke bitte auf die Schaltfläche Folgen oder Abonnieren auf deiner bevorzugten Hörplattform, um über neue Folgen informiert zu werden. Wir lesen alle Rezensionen, also wenn es ein Thema gibt, über das du gerne etwas hören möchtest, lass es uns wissen. Wenn du mehr über die in den Podcasts erwähnten Tools, Informationen und Kurse erfahren möchtest, besuche www.simonmelissas.com und folge mir auf Instagram at simonmelissas oder der Podcast hat seinen eigenen Link auf Instagram at choice change and action. Vergiss nicht, dass du dir die Podcast-Infos herunterladen kannst und zu guter Letzt viel Spaß heute! Bis bald! S dimensions Bast Bis zum nächsten Mal.